Wir holen jetzt FIBI ab, werdet euch alle überraschen, weil er hat morgen Geburtstag. Wie geht's denn dir heute Abend? Sehr schlecht. Eins bis zehn wie schlecht? Deswegen schlecht. Denkst du denn, ich kann heute Abend noch laufen? Nein. Digga, ihr tut alle so, als wäre ich Alkoholik? Bro, kannst du heute Abend noch laufen, sag's mir! Ja? Das ist so racist! Ich hab' nie... 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 Wow! Yeah! Ich hab' nie... Ich hab' nie.... Ja! Ich hab' nie... Ich hab' nie... Don't worry me, don't worry me Ich finde es in Kürbens. Ich hab das mit meinem Handy aufgemacht. So, Fazit von Abend bis jetzt? Ich hab nichts auf meinem Mund. Alter, okay, okay, okay. Boden ist da war. Ja! Ah! Ja! Wer ist der besoffeste, denkst du? Stop the cap! Wann bist du morgen da? Kurzes Update, es ist 14.30 Uhr. Amars Arsch ist noch nicht da. Jo, wir wurden jetzt überredet, wieder in den Club zugehen. Alter, voll Bock, mach mal ein bisschen Stimmung. Man hat jedenfalls so ganz gut geklappt. Aber ich hab das so gut gemacht. Nein! Mann! 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 Was geht überhaupt? Wegen die habe ich angefangen auf Mobile zu spielen. Dann werde ich das auch einmal hören. Meine Freundin ist da. Irgendwann ist es gesprungen anscheinend. Danach halte ich den Sieg. Dann machen wir ein Wettessen und wenn ich verliere kann, sei denn ich muss ein Bad färben. Hast du Angst, wenn ich ein Bad färben muss? Ja. Hast du ein bisschen weniger? Bisschen. Also bist du nicht so attraktiv? Ich mag ja ein Ginger-Bad. Haben wir denn heute Abend trotzdem so... Auch mit schwarzen Bad? Nur im Dunkeln. Ja! Oh! Oh! Wie kann man das? Oh jetzt! Oh! 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 Wir haben hier vor viel Wasser und ihr seid einfach fett. Ja. Ein bisschen feiner. Ja! Oh! Brauchst du das Schatz? Ja. Ist doch sportlich, ich schwöre. Ja! Auf! Heizer! What the fuck? Also ihr werdet vielleicht 99 Chickenburger bestellt und ein Happy Meal. Ich glaube hier, dass du jetzt komplett verschiedene Stunde gefüllt. Ja. Das, das, also... Digga. Was ist das überhaupt für eine Tüte mit 90 Chickenburger? Was ist vorbei? Oh! Gernotter? Hi! Ich würde gerne ein Happy Meal. Was kann das dazu? Dann hätte ich gerne noch 99 Chickenburger. Wie lang? 99 gerne. 99? 99. Ja. Oh, ganz toll, bitte. Losi, bitte safe sagen und bitte ernst bleiben. 100%! Ernst? Ich hab doch nicht 9. Wie viel machst du? 3? 3? Mir ist so schlecht. Was hast du, Alex? Wie viel hast du? Alles. Alles krass. Alex und Candy haben uns zusammen 10 gegessen. Lenny und Drexler haben auch uns zusammen 10 gegessen. Ich hab alleine 8 gegessen. Genau. Und ich hab 13 gegessen. Das Geist dank. Du musst jetzt deine Haare rot färben, Bro. Er ist so sauer. Ich hab ihn noch nie so sauer gesehen. Und dann reflektiert. Oh! Ist das geil. Ich finde das sieht nicht so schlimm aus. 100 Euro bekomme ich von Lenny für den Bart. Ich weiß nicht, ob das gelohnt hat. Ich hab so Angst gerade. Bei ihm sieht das so aus. Bei Drexler geht's nicht raus. Und ich hab genau dieselbe Farbe im Bart. Ich hab so Angst gerade. Es muss ein bisschen rausgehen wenigstens. Also ich hab gedacht, es wird aussieht wie bei Lenny's Haare. Lenny's Haare. Ihr seht Lenny's Haare. Die sehen einfach so cool aus. So ein bisschen lila, silber. Aber guck mal wie das aussieht. Hey Pink! Ich hab Angst, ich wasche gleich aus. Ihr seht's dann. Oh, das war's, Digga. Ich dachte, mein Bart wird noch. Also ich dachte, mein Bart wird noch ein bisschen besser. Ja wirklich. Also er hat uns heute alle umgebracht, Digga. Also erst. Also erst in 6 Stunden. Alles super. Ich geh mich jetzt 6 Stunden auf. Warte mal. Nein. Ich kann das gar nicht glauben. Wie seh ich aus, Digga? Das war eine Freundin. Sie meinte eben ja. Also 8 Chickenburger schaff ich auch safe. Wir haben noch welche. Jetzt probier das Ganze jetzt. Nimm den. Ich fahr jetzt rein. Wie viele ist das? Der Tritt. Wie viele danach isst du noch? Keinen. Ich will gerade nichts essen, weil wir müssen gleich schlafen. Und ich bin so voll. Check, check. Mach aber kalt. Ich mach gar nichts, das kann man kalt. Das ist halt den Lust. Ich muss das. Oh. Oh, oh, oh. Wer fällt den Top Jungs? Jetzt sind Top Cap, Digga. Bei Tränen halten Sieg. Jedes Team müsst ihr euch vorstellen. Bei dem wird es glaube ich jetzt ganz fatal. Warte mal, spruchst du den zu sehen? Nein. Wir sind Team Schluck oder Spuck. Geil. Das war so gut. Krass, krass. Wir haben Krippe Amas halten Sieg mitgemacht. Wir dachten irgendwie, wir haben ultrakastes versteckt. Ich kann euch mal hiervon passieren, nein, bleiben gerne. Zu verstecken. Die fahren damit eh nicht, die laufen 10. Das ist super. Okay, lass n Aufzug, lass n Aufzug, lass n Aufzug. Die verhalten das nicht. Ja. Weil Armand gespielt hat. Ja, eigentlich glaube ich. Ich mein, dass ich ein Zeile nenne, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, das ist der Zeug, nein. Pssst. Ja, mach, mach, mach. Es ist vorbei. Als ob ihr jetzt... Nein! Wir holen jetzt Phoebe ab, während nicht alle zu überraschen. Das war der Geburtstag. Unsere Fan-Group hat bei ihrem Hotel angerufen, weil sie es auf Snap geschickt hat, in die Snap-Gruppe, dass sie die wecken sollen, weil sie gleich hier im Flugrad... Weißt du, wer es war? Wer war es? Mia. Mia, no joke, das war die Carry. Also, guter Carry, guter Carry, no joke, also krass. Ich freu mich so, der Alex wird so happy sein, du wirst ja eigentlich no joke, also ihr wisst mich. Ja, steig ein! Steig ein, komm rein! Alex, wach. Was soll ich denn machen? Komm einfach hin. Gebt ihr erst und wir deckt ihn, dann bin ich okay. Ja, okay. Hä, das braucht ehrlich nichts, der Jörnny. Hey, ich will die Kollöte. Okay, wir gehen ins Essen. Und danach gehen wir an der Zeit feiern. Was ist denn, du? Alter, bist du reich? Bist du reich, Bro? Das Outfit ist eigentlich gut, so. Also Outfit kann man eigentlich so anziehen, würde ich behaupten, aber ich will halt empfinden Partikers. Ich bin legit seit 5 Tagen oder so Taxifahrer. Bist ein super Taxifahrer. Wie bist du jetzt 18? Da fattest Alkohol trinken. Alter. Du hattest davon noch nie Alkohol getrunken. Ich glaub, echt ist ja, no joke. Nee, auch nicht in Schweden damals. Nein, auch nicht in Schweden. Denkst du, also in Schweden ist ja auch nicht abgekrankt, aber dann kotzt? Nee, nee. BABY! Wo ist der Klump? Hey, 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 hey! Happy Birthday! Oh my God, bro! Oh, hell! Nice hit! Nice hit! Hey, hey, hey! Hey, hey! Hey! Heyyy! Heyyyy! 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 Easy kids Yeah! Let's go! Have a great day!